Nach langer Zeit gibt es heute endlich mal wieder 9 nützliche Workflow-Tipps für Logic Pro X. Bleib dran! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Wenn du schnell und effizient in deiner DAW arbeiten möchtest, egal ob es jetzt Logic ist oder irgendeine andere, dann solltest du sie vor allem gut kennen. Das heißt, du solltest dir zumindest ein paar nützliche Shortcuts angelegt haben, zum Beispiel Zoom oder Transportbefehle, damit du schnell durch dein Projekt navigieren kannst. Denn wenn du die wichtigsten Funktionen kennst, macht auch das kreative Arbeiten viel mehr Spaß. Bevor wir gleich loslegen mit 9 neuen Tipps für Logic Pro, möchte ich dir noch meine Logic Workflow Checkliste ans Herz legen. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, die dir das Leben in Logic Pro erheblich erleichtern. Jetzt geht's los, wir fangen an mit Tipp Nummer 1. Und da geht's um Transportbefehle bzw. um Wiedergabebefehle oder Einstellungen, wie Logic dein Projekt wiedergibt. Das ist nämlich nicht immer so oder muss nicht immer so sein, dass dein Projekt dann startet oder dort startet, wo der Cursor ist, wie zum Beispiel jetzt. Du siehst hier meinen Cursor und ich drücke auf Play. Und dann startet hier mein Projekt. Das ist zunächst mal nützlich. Das ist ganz gut. Wenn ich jetzt hier bei Takt 89 starte, startet er hier und so weiter. Du kannst jetzt natürlich aber verschiedene Einstellungen wählen, weil du möchtest unter Umständen nicht immer, dass er dort startet, wo dein Cursor gerade ist. Und das machst du hier oben. Du kannst hier auf Rechtsklick gehen. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie du das Wiedergabeverhalten von Logic beeinflussen kannst. Ich kann hier auswählen oder habe ausgewählt ab Marquis Auswahl wiedergeben, ab Cycle Bereich wiedergeben oder ab ausgewählter Region wiedergeben. Also ich möchte jetzt in diesem Fall nicht, dass er mir hier startet, wo der Cursor ist, sondern ich möchte, dass er startet, wo diese Region hier ist, die ich markiert habe. Weil ich mir jetzt die Bridge anhören möchte und jetzt möchte ich nicht den Cursor nehmen müssen und hier rüberschieben müssen, sondern ich habe jetzt hier diese Region markiert und möchte, dass er direkt hier startet. Und wenn ich jetzt hier auf die Leertaste drücke zum Abspielen, dann wird er mir das tun. Und ich kann auch hier ab dem Chorus B starten. Ich drücke wieder die Leertaste. Und er startet mir ab dieser Region. Du kannst natürlich auch ab diesem Cycle Bereich hier starten. Das ist das hier. Der Cycle Bereich ist ein Loop Bereich in Logic. Und wenn ich hier draufklicke, siehst du, dass links und rechts, also am Anfang und am Ende des Cycle Bereichs oder Loop Bereichs, wie es in anderen DAWs heißt, dass hier zwei Linien sind und das sind die Locator Punkte. Also der Anfangs-Locator Punkt und der End-Locator Punkt. Auch hier kann ich einstellen, dass er mir startet, wenn ich an den Bereich Cyclen oder Loopen möchte. Zum Beispiel diesen hier. Ja, du siehst, das habe ich hier eingestellt. Wiedergabe ab Cycle Bereich. Und jetzt wird er mir von hier starten. Oder eben von hier. Wie ich möchte. Was passiert jetzt aber, wenn ich den Cycle Bereich aktiv habe, aber möchte, dass er mir ab dieser Region startet. Das ist die Hierarchie der Befehle. Welche ist jetzt wichtiger? Wir können mal probieren, was passiert, wenn ich jetzt einfach Play drücke. Okay, ich habe hier eigentlich eingestellt, er soll ab dieser ausgewählten Region starten. Ich habe aber auch ausgewählt, er soll ab dem Cycle Bereich starten und den empfindet er jetzt als wichtiger. Das kannst du umgehen, wenn du dir einen Shortcut zum Beispiel dafür anlegst. Ich habe jetzt hier einen Shortcut dafür mir angelegt, ab ausgewählter Region starten. Shortcuts legst du dir hier an, über Tastaturkurzbefehle bearbeiten und dann zum Beispiel Wiedergabe ab Auswahl. Und da haben wir das, das ist bei mir der Tastaturkurzbefehl, den habe ich mir selber angelegt. Shift und Leertaste. Damit bin ich praktisch in der Hierarchie höher als jetzt dieser Cycle Bereich. Obwohl der hier aktiv ist, kann ich jetzt hier Shift und Leertaste drücken und der spielt mir trotzdem ab dieser Region ab. Das ist natürlich super cool. Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten ab, wo du abspielen lassen möchtest und kannst dich somit sehr, sehr schnell in deinem Logic Projekt bewegen. Bei den Locator Punkten werden wir uns noch eine Weile aufhalten, weil die auch sehr gut sind für die Arbeit mit dem Arrangement. Wenn du zum Beispiel Songparts stillschalten möchtest, überspringen möchtest oder herausschneiden möchtest. Und deswegen geht es bei den nächsten paar Tipps hier um diese Locator Punkte. Zunächst mal möchte ich dir zeigen, wie du die Locator Punkte schnell setzen kannst. Also ich möchte zum Beispiel jetzt hier die Bridge im Loop laufen lassen. Dann habe ich hier einen Shortcut mir angelegt, das ist der Shortcut U. Ich gehe einfach über eine Region, drücke U, sind die Locator Punkte hier oder Cycle Bereich hier U. Dann ist er wieder hier drüber und ich kann sofort das Playback starten. Allerdings ist hier bei diesem Befehl U eine Besonderheit und zwar rundet er dir immer auf den vollen Takt. Wir haben hier 46, 47, 48. Wenn ich jetzt hier meinen U-Befehl mache, dann macht er nicht nur diese Viertel, die ich hier geteilt habe, oder die Viertelregion, die er geteilt habe, sondern er rundet bei dem Befehl U immer auf den vollen Takt. Wenn du das vermeiden möchtest und du möchtest, dass er wirklich nur diese Viertel hier abspielt, dann musst du den Befehl Command U verwenden. Und dann hast du tatsächlich nur diese Viertel hier. Und das klingt richtig gut, oder? Also diese beiden Befehle U und Command U solltest du dir unbedingt merken, wenn du schnell deine Locator Punkte oder deinen Cycle Bereich setzen möchtest. Aber mit diesem Cycle Bereich kannst du noch viel mehr machen, gerade wie schon erwähnt, wenn du mit dem Arrangement arbeiten möchtest. Zum Beispiel kann es sein, dass du hier im Arrangement arbeitest und sagst, dieser Prechorus, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der wirklich in diesen Song gehört. Ich möchte den mal überspringen. Ich möchte mal hören, wie sich das Arrangement anhört ohne diesen Prechorus. Dann wähle ich also eine Region aus diesem Prechorus aus, über U wieder. Und wenn ich dann jetzt hier oben Command-Klick mache auf diesen Cycle Bereich, dann siehst du, dass er sich verfärbt. Und jetzt wird Logic diesen Prechorus überspringen. Das ist nämlich der Befehl dafür. Mal reinhören. Okay, es hat rhythmisch leider nicht gepasst, aber nehmen wir mal an, du möchtest hier diesen Prechorus überspringen und das würde rhythmisch passen. Dann wäre es eine gute Option, um im Arrangement einfach zu schauen, okay, gibt es vielleicht Sektionen, die ich gar nicht brauche. Zurückgehen kannst du einfach wieder über Command und draufklicken, dann ist es wieder aktiviert. Und wenn du dir jetzt sicher bist, du möchtest diesen Prechorus hier nicht haben, weil er irgendwie nicht zum Song passt, kannst du ihn auch, Tipp Nummer 5, einfach herausschneiden. Und zwar indem du auf den Loop-Balken hier oder auf den Cycle-Balken hier Control klickst. Und dann kannst du hier Bereich zwischen Locator Punkten herausschneiden wählen. Ja, wenn ich das jetzt mache, zack, dann schneidet er diesen Bereich raus und zusätzlich rutschen alle Parts, die rechts von dem Bereich waren, den ich rausschneiden wollte, nach links. So, dass ich jetzt direkt ein völlig neues Arrangement habe, wo ich ein Part rausgeschnitten habe, der jetzt einfach fehlt. Wenn du jetzt aber nicht möchtest, dass dieser Bereich herausgeschnitten wird, sondern du möchtest einfach einen anderen Bereich ausbauen, weil du jetzt den Prechorus nicht löschen möchtest, sondern weil du ihn einfach anders arrangieren möchtest, ist das auch möglich. Ich habe hier wieder über Command-U ausgewählt meinen Prechorus, kann jetzt wieder über Control-Click hier meinen Cycle-Bereich auswählen. Und ich kann jetzt hier auch Stille einfügen. Jetzt schneidet ihr mir diesen ausgewählten Bereich raus, aber die rechten Parts rutschen nicht automatisch nach links und schließen die Lücke hier sozusagen, sondern sie verbleiben dort, wo sie vorher waren. Und jetzt könnte ich anfangen, hier einen komplett neuen Prechorus zu bauen, weil mir der alte nicht gefallen hat und könnte das Arrangement hier so komplett umstellen. Zwei weitere Workarounds mit den Locator-Punkten oder dem Cycle-Bereich möchte ich dir gerne noch zeigen, weil ich das erst wieder selbst für mich kürzlich entdeckt habe und weil ich das so unglaublich nützlich finde beim Arrangieren. Und das ist, wenn wir hier wieder mit Control-Click draufgehen. Und wir können die Regionen zwischen den Locator-Punkten auch teilen. Das ist auch wieder hier über Control-Click, wenn du hier draufgehst. Allerdings musst du dann vorher die Regionen markieren, die du gerne teilen möchtest. Ich nehme jetzt einfach mal alle und mache jetzt hier an Locator-Punkten teilen. Du siehst, die Locator-Punkte sind hier, die gelben Streifen. Und jetzt habe ich diesen Bereich hier geteilt und könnte die verschieben oder was auch immer machen mit diesen Regionen. Und die teilt ihr auch ganz brachial, egal ob die Region jetzt hier vorher schon so war, ob sie länger ist oder kürzer. Er schneidet das ganz brachial heraus und zwar für die Spuren, die du vorher ausgewählt hast. Ein letzter sehr, sehr nützlicher Befehl mit den Locator-Punkten oder mit der Loop-Section finde ich, wenn du Bereiche von einem kompletten Arrangement kopieren möchtest. Ich habe hier so eine End-Sektion und auch die kann ich wieder einfach alle markieren mit dem Tastaturkursbefehl U. Hier drüber gehen und gehe wieder mit Control-Click drauf. Und jetzt kann ich hier Bereich zwischen Locator-Punkten kopieren wählen. Wenn ich jetzt die Locator-Punkte hier rüberschiebe und wieder draufgehe, dann sagt er mir Bereich an Abspielposition einfügen. Und zack, habe ich jetzt von einem kompletten Arrangement oder nur gewisse Spuren eines Arrangements, die ich kopieren möchte, habe ich jetzt eine exakte Kopie. Und das geht richtig zügig und ist, wie gesagt, fürs Arrangieren einfach genial. Tipp Nummer sieben, Klickzonen. Das habe ich schon in mehreren Videos erklärt, man kann es aber nicht oft genug erklären. Und viele wissen es einfach noch nicht, wie viel mehr einem das das Leben mit Logic oder bei der Arbeit mit Logic erleichtert. Wenn ich jetzt hier in meinem Arrangement arbeiten möchte, dann hast du hier anders als ich meistens nicht drei Felder, sondern nur zwei. Das heißt, du hast ein Werkzeug für den linken Mausklick. Das kannst du hier auch auswählen. Das heißt, linker Mausklick ist markieren oder was auch immer ich hier festgelegt habe. Und du hast ein Command-Klick-Tool. Das ist in dem Fall mein Marquee-Werkzeug. Das ist, wenn ich also Command-Klick hier drücke, dann habe ich hier mein Marquee-Werkzeug. Allerdings ist es immer ein bisschen umständlich, hier einfach dann die Command-Taste zu drücken und dann hier rumzufingern. Und das kann man sich viel einfacher machen. Und das geht über Klickzonen. Wenn du jetzt hier mal beobachtest, was meine Maus macht, wenn ich hier runterfahre an der Region, pang, merkst du automatisch, dass sie sich in das Marquee-Tool verwandelt. Das heißt, wenn ich in die untere Hälfte meiner Spur fahre oder meiner Region, dann habe ich hier, ohne irgendwas anderes drücken zu müssen, ein anderes Werkzeug ausgewählt. Und das finde ich echt tricky. Das ist richtig gut. Außerdem kann ich hier, wenn ich hier oben an der linken Ecke ziehe, kann ich Crossfades einzeichnen oder Fades einzeichnen. Auch das geht über die Klickzone. Und wie du dir die festlegst, das zeige ich dir jetzt. Du gehst einfach wieder auf Logic Pro, Einstellungen, Allgemein und dann Bearbeitung. Und jetzt musst du hier aktivieren, Klickzonen für Fade-Werkzeug. Das war das, was ich dir hier gezeigt habe. Den Fade schnell einzeichnen und Klickzonen für Marquee-Werkzeug. Das ist das, wenn ich hier runterfahre und automatisch wird dann meine Maus zum Marquee-Tool. Also genialer Einfall von Logic hier, mit Klickzonen zu arbeiten, schneller zu arbeiten, ohne zusätzliche Tasten neue Werkzeuge zur Verfügung zu haben und schnell Crossfades zu setzen. Apropos Crossfades. Darum geht es in unserem nächsten Tipp. Und zwar kannst du sehr schnell Crossfades setzen, wenn du die Klickzonen hier festgelegt hast, indem du jetzt hier die Regionen, in denen du Crossfades setzen möchtest, markierst. Ja, einfach hier am oberen Rand. Und jetzt kannst du Crossfades für alle setzen. Oder du kannst auch einfach nur Fade-Ins für alle setzen. Das geht richtig zügig. Wenn du lieber mit Tastaturkurzbefehlen arbeitest, geht das auch. Und zwar ist das der Tastaturkurzbefehl Control Alt X. Ja, jetzt hast du hier gesehen, dass er automatisch, ohne dass ich das gezogen habe, dass er jetzt hier Crossfades gesetzt hat. Und das ist auch sehr, sehr praktisch, wenn du sehr, sehr viele Crossfades hast und wenn du hier viel mit Loops arbeitest und das für alle gleich haben möchtest. Übrigens kleiner Bonustipp noch hier. Du kannst auch globale Crossfades für mehrere Regionen setzen, wenn du in den Inspektor gehst, dann hier unten auf Mehr gehst und jetzt hier zum Beispiel Fade-In wählst. Wichtig ist, dass du die Regionen markierst, für die du das möchtest. Und jetzt, wenn ich jetzt hier auf Fade-In gehe, dann macht er mir das automatisch jetzt für die drei Regionen zum Beispiel. Also auch über den Inspektor kannst du Crossfades für mehrere Regionen setzen. Tipp Nummer 9, Spuralternativen. Auch wieder was, wo ich erst seit kurzem draufgekommen bin. Du siehst auch, ich bin nicht immer up-to-date. Es gibt so viel Neues und Logic ist so groß. Aber Spuralternativen ist auch eine richtig coole Funktion, besonders wenn du mit Compings arbeitest. Ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Sängerin aufgenommen und so wie du das hier siehst, arbeite ich eigentlich nicht so gerne. Wir haben unglaublich viele Tracks aufgenommen, unglaublich viele Takes aufgenommen. Also wirklich Wahnsinn. Aber manchmal geht es nicht anders. Und wenn es jetzt ans Mixing geht, hast du ja immer die Panik oder hast du immer die Qual der Wahl. Du musst jetzt aus diesen verschiedenen Takes auswählen. Nehmen wir mal die hier oben. Hier waren glaube ich relativ viele so. Jetzt muss ich hier irgendwie committen und muss sagen, ich muss jetzt hier aus diesen ganzen Tracks hier oder aus diesen ganzen Takes muss ich eine rausnehmen. Und das möchten die meisten nicht. Und deswegen legen sie sich meistens eine Kopie für diese Spur an. Das heißt, du nimmst einfach die Spur, machst eine Kopie und dann kannst du hier jetzt zum Beispiel reduzieren. Ja, hier auf reduzieren gehen und dann wäre jetzt alles weg. Und du könntest die jetzt muten und vielleicht noch verstecken und dann könntest du die irgendwann wieder vorholen. Aber das ist ein verkorkster Workflow, der nicht wirklich gut ist. Und der einfachere Weg ist tatsächlich über Spuralternativen. Und ich möchte mir hier eine anlegen und dazu gehe ich hier drauf. Ja. Und gehe auf duplizieren. Was bei duplizieren passiert, das Wort ist in dem Fall, in dem Zusammenhang jetzt ein bisschen verwirrend, ist nicht, dass du eine zweite Spur hast, aber du hast zwei Alternativen, nämlich B und A. Was ich jetzt machen kann, ich kann bei Spur A praktisch committen auf Neudeutsch und kann sagen, okay, ich reduziere jetzt diese Spur. Alle meine Takes sind weg, um Gottes Willen. Ich hätte gerne hier den zweiten Take gehabt. Dann ist es kein Problem. Dann kannst du über Spuralternative B hier wieder reingehen und zack, hast du alle Spuralternativen wieder da. Zu guter Letzt noch ein Bonustipp und zwar zum Thema Metronom. Auch hier kannst du, habe ich gestern bei der Gesangssession wieder gemerkt, kannst du einiges verbessern für deinen Sänger oder für deine Sängerin. Das machst du hier auch über Rechtsklick und dann gehst du in Metronomeinstellungen. Was du zunächst mal machen kannst oder was wirklich wichtig ist, ist Ton und Lautstärke. Hier kannst du den Klick wesentlich angenehmer für einen Sänger oder für einen Instrumentalisten wesentlich angenehmer für deinen Instrumentalisten einfach wählen. Und zwar indem du hier Ton und Lautstärke veränderst. Also wir können mal hier reingehen. Klicke an. Ich kann leiser machen. Und ich kann den Ton verändern. Okay, das ist zunächst mal für viele Musiker ist das ganz entscheidend, weil ein Drummer möchte vielleicht den Klick lauter haben, ein Gitarrist möchte vielleicht auch einen Klick, aber möchte ihn nicht ganz so laut. Und somit hast du da wirklich die Möglichkeit, wirklich mehr rauszuholen und auch schneller zu einer besseren Performance zu kommen, weil viele Musiker nach wie vor und viele Sänger verwirrt der Klick einfach. Was aber richtig cool ist, insbesondere bei so einer langsamen Ballade hier, wir haben die jetzt schon hier im Double Time eingespielt, ist der Wert Rasterwert. Hier kann ich nämlich den Wert des Klicks nochmal verdoppeln. Und ich kann sogar die Note festlegen. Also wenn ich den jetzt hören möchte, du hast jetzt gehört, dass er einfach doppelt so schnell spielt. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben hier, weil wir haben schon bei 138 BPM eingespielt. Das Projekt ist schon doppelt so schnell hier. Aber bei sehr langsamen Balladen oder sehr langsamen Songs haben die Musiker teilweise oder Sänger große Probleme, da wirklich mitzugrooven und mitzusingen. Und da kannst du über den Rasterwert einfach den Klick verdoppeln, sodass er oder sie sich unter Umständen einfach sicherer fühlt. Hast du vielleicht auch noch einen Tipp, den du sehr oft benutzt oder einen Shortcut, der wichtig sein könnte und andere helfen könnte, dann schreib mir den bitte unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder über ein neues Abo freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!